Maya und Lina Hallo, was macht denn da Maya? Ich verstecke Bonbons vor Lina. Sie isst zu viel Süßes. Sie aber braucht was Gesundes. Und was ist gesund? Gesund sind Obst und Gemüse. Wir können selber was für Lina anbauen. Sind alle Gruben für unsere Samen bereit? Ja. Und was müssen wir jetzt machen? Sie einbuddeln. Jetzt brauchen wir ein Rechen. Was müssen wir jetzt noch machen? Gießen. Ich hole die Gießkanne. Super. Kipp da bitte Wasser rein. Gut. Untertitelung. BR 2018 Fertig. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen warten. Maya, Maya. Lina ist auch gekommen, um uns zu helfen. Wow, haben wir eine Ernte. Jetzt müssen wir alles einsammeln. Maya, unsere ganze Ernte passt nicht. Wir brauchen einen größeren Wagen. Da ist er. Maya, Lina, helft mir bitte. Natürlich, liebe Mami. Maya, lass uns alles in einen Wagen legen. Vergiss die Lina nicht. Gut. Geht's los? Tutu. Puh, da wären wir. Das Gemüse müssen wir waschen. Jetzt können wir Lina mit etwas Gesundem füttern. Mit einer Karotte. Und für die Maya habe ich eine echte Karotte. Schmeckt's dir? Ja! Wow! Und welches Gemüse magst du? Folg unserem Kanal und schau dir unser nächstes Video mit Maya und Lina an. Tschüss! Was ist passiert, Maya? Meine Lina wimmelt. Ich glaube, sie braucht einen Doktor. Mama weiß, wo der Doktor ist. Dort! Dort! Mama, da darf man nicht mit Schuhen rein. Schau mal, was für eine Rutsche. Ich werde aufrutschen. Maya, Maya, ich glaube, Lina geht es besser. Ja! 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 Ich habe gewonnen. Mama, Lina, geht es wieder gut. Ich bin der beste Doktor. Maja, Maja, Lina ist doch schon ganz gesund. Wollen wir nach Hause gehen? Nein, Lina braucht Vitamine. Ja, Vitaminübungen. Komm also, Maja. Ja, Vitaminübungen. Tisch! Ich will mehr. Maja, diese Zone ist für Babys. Halte Lina und ich warte hier auf euch. Puh, jetzt ist es Zeit, selber Vitamine zu nehmen. Mh, wie lecker! Maja, du hast recht, du bist der beste Doktor. Und du, hast du schon mal deine Spielsachen so geheilt? Dann gib uns ein Like und schau dir die neuen Videos von Maja und Lina an. Tschüss! Und bleib bitte gesund!